Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen wieder mal zu einer weiteren Challenge und zwar zu einer weiteren Challenge, die so in einem Coding-Interview bei, ich glaube, Google war es, geführt wurde. Das ist ziemlich spannend, finde ich, was da so gefragt wird, deswegen bleiben wir hier auch direkt dabei. Kurze Anmerkung, wir benutzen hier wieder Python, weil einfach die meisten Leute Python können, beziehungsweise die, die es nicht können, die können es trotzdem lesen und dann höchstwahrscheinlich auf ihre eigene Sprache umlagern. Also das heißt, Python eignet sich hier am besten. Es gibt wenig Overhead irgendwie in Richtung Pointer, Jonglieren oder sonstige Dinge wie Java oder C oder C++ haben, deswegen ist es hier für unsere Zwecke eigentlich am allerbesten geeignet. Ihr dürft mir aber ganz gerne mal eure Lösung unten in die Kommentarspalte reinpacken und ja, dann pinne ich die irgendwie an, beziehungsweise ich herze sie, ich darf leider nur einen Kommentar pinnen quasi, da bin ich irgendwie limitiert. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall auf eure Lösung. Ihr dürft mir natürlich auch eure Python-Lösung reinpacken, falls ihr irgendwas anders gemacht habt. Und Spoiler, es wird zwei Lösungen geben, wir machen hier nur eine. Okay, kurz zu der Challenge. Was ist unsere Aufgabe? Wir wollen hier zwei Zahlen einfach nur simpel addieren. Das heißt, sagen wir mal zwei Zahlen, hier x gleich 1337, y gleich 42, wollen wir beide addieren, also x plus y und dann wollen wir quasi das Ergebnis haben. Ja, der Haken an der ganzen Sache ist, weil das ja viel zu einfach wäre, dass die beiden Zahlen als Listen gebaut sind. Und das kann manchmal vorkommen, ist ein bisschen konstruiert, aber manchmal habt ihr komische Datenstrukturen und wollt da trotzdem irgendwie die als eins behandeln. Das heißt, ja, das kann durchaus in der Praxis mal passieren, ist aber relativ untypisch, gebe ich absolut zu. Und naja, sie sind auch nicht ganz normal aufgebaut. Also man würde jetzt bei einer Liste erwarten, dass das quasi unser erstes Element wäre, das unser zweites, das unser drittes, das unser viertes. Das würde euch den Job deutlich schwerer machen, deswegen hat man sich hier für eine angenehmere Struktur entschieden und zwar so. Das heißt, das erste Element in eurer Liste und das ist auch das, auf das ihr einen Verweis bekommt in eurer Add-Funktion, die ihr ausfüllen müsst, ist eigentlich ein Knotenpunkt mit Verweis, also der das letzte Element, die Einser sozusagen enthält, mit Verweis auf die Zehner. Ja, und hier genauso, Einser mit Verweis auf die Zehner, das heißt, die Zahl 42, da bekommt ihr eine Referenz auf die 2 und die 2 hat eine Referenz auf die 4. Und das ist dieses self.next. In foo ist der eigentliche Wert gespeichert. So, auch nochmal kurz zu dem Format hier, ich mache das Ganze Uncut, ihr dürft mich gerne korrigieren, wenn ihr irgendwas besser oder anders machen würdet, deswegen nennen wir das jetzt auch ab sofort Beat Morpheus, ja, das ist einfach so das passendste Format. Und ihr dürft mir andere Lösungen bringen, schnellere Lösungen bringen und ja, sonstige Lösungen, die ihr vielleicht noch findet. Wir machen auch vielleicht noch eine Laufzeitanalyse dann mal, mal gucken, ob wir das heute noch machen. So, was wir hier als allererstes machen oder sehen können, ist, dass wir das Ganze auf zwei Arten machen können. Und zwar einmal iterativ und einmal rekursiv. Ihr dürft euch aussuchen, was ihr machen wollt. Ihr könnt beides machen, aber in unserem Fall werden wir die rekursive Variante machen und ihr dürft die iterative quasi als Übung machen und mir auch, wie gesagt, unten in die Kommentare posten. Bin ich gespannt, wer das macht, beziehungsweise wer das auch rausbekommt. So, wir machen wie gesagt hier die rekursive und das heißt, wir sagen hier unsere Lösung zu def.add, achso, kleine Anmerkung hier natürlich, unsere Zahl als Ergebnis muss natürlich auch wieder in dieser komischen Listenstruktur hier sein. Ich mach die mal nochmal kurz hier unten rein. Das heißt, die 1er als Referenz, als erstes Objekt, das wir zurückgeben und danach die 10er und so weiter und so fort. Okay, ja, das ist eigentlich so ziemlich alles, was wir brauchen. Und ja, unsere Lösung ist natürlich hier return self.addRecursive. So, und wir werden auf jeden Fall Zahl 1 brauchen, wir werden Zahl 2 brauchen. Okay, natürlich habe ich mir schon ein bisschen Gedanken gemacht zu dem Ganzen. Wenn man sich in diese Challenge einliest, dann macht man sich ja automatisch schon ein bisschen Gedanken. Das sollte jedem klar sein. So, jetzt die eigentliche Lösung finden wir natürlich in def.add.recursive. Und die hat natürlich Zahl 1 und Zahl 2. So, und ja, wie wir das jetzt machen und wie gesagt, hier kommt jetzt auch uns zugute, dass wir hier diese 7 bekommen und dann die 2 bekommen. Weil, wenn wir die ersten Zahlen bekommen würden, dann hätten wir ein Problem, dann könnten wir es nicht so richtig rekursiv machen, weil wir hier tatsächlich Tausende haben und Tausende dürfen wir nicht mit Zehnern addieren. Deswegen ist es ganz angenehm, dass wir hier jeweils die 1er haben. Das heißt, wir können hier einfach sagen, 7 plus 2, ja, das ist 9 und das ist quasi unsere Zahl. So, das heißt, was wir jetzt hier einfach mal machen ist folgendes. Wir rechnen einfach mal, value ist gleich Zahl 1.fu plus Zahl 2.fu. Und ja, das ist sozusagen unser Ergebnis erstmal. Das wäre jetzt unsere 9. Jetzt müssen wir quasi das Ganze rekursiv bauen sozusagen. Das heißt, wir müssen hier auch wieder eine Struktur bauen. Und wir müssen hier auch die 1er wieder als Node zurückgeben, als erstes, also so zusammenbauen, wie wir es hier auch haben. Also quasi hier eine Node aus 9, die hat einen Verweis auf Node aus 3 plus 4, was 7 wäre. Die hat wiederum einen Verweis auf Node aus 3, die wiederum hat einen Verweis auf Node aus 1. Also so im Endeffekt müssten wir das bauen. Das heißt, wir geben hier zurück return Node aus value und das können wir noch nicht ganz zurückgeben. Red ist gleich, weil wir ja die Nodes noch weiter hinzufügen müssen. Das sehen wir hier, haben wir mit .next gemacht. Es gibt im Konstruktor keine Möglichkeit, der war übrigens vorgegeben, gibt keine Möglichkeit, das hier reinzupacken. Also sagen wir hier red.next ist gleich. So, wie kriegen wir jetzt unsere nächste Node? Naja, das ist natürlich über add recursive wieder gemacht. Also self.add recursive. Und was müssen wir jetzt hier reingeben? Naja, natürlich zahl 1.next, damit wir die 10er bekommen und zahl 2.next. So, das ist der absolut naive Fall sozusagen. Da muss man nicht wirklich was denken. Und return red. Also das heißt, wir geben hier quasi die 1er zurück. Und hier, wenn wir es einmal recursiv aufgerufen haben, geben wir die 10er zurück und so weiter und so fort. Jetzt werden wir gleich sehen, dass uns das um die Ohren fallen wird. Und zwar machen wir mal ganz kurz hier folgendes raus. Und zwar sagen wir einfach mal 45 als Zahl. So, und jetzt sehen wir, okay, highpycham, das ist aus der Main noch, weil ich das Projekt gebaut habe. Natürlich, das wollen wir nicht haben. So, none type object has no attribute foo. Warum ist das so? Naja, eine Rekursion muss immer ein Abbruch-Argument haben. Das heißt, irgendwann sind wir quasi fertig mit diesem Ding und haben natürlich hier unter next kein none, äh, ein none drin und keine nächste Zahl mehr. Natürlich hier nach zwei Iterationen und hier nach, äh, 1, 2, 3, 4, also beim fünften Mal. Weil natürlich irgendwann eine Zahl auch zu Ende ist. Okay, das heißt, was wir hier machen müssen, ist, wir müssen Abbruchverhalten quasi einbauen. Ähm, das heißt, if, äh, Zahl 1, ups, Zahl 1.next and Zahl 2.next. Also wenn beide quasi ein nächstes Item haben, dann machen wir das hier. Ansonsten, naja, was machen wir ansonsten? Ansonsten haben wir quasi unsere Red schon berechnet, also unser Red aus Node von Val. Okay, gucken wir mal, was hier passiert. Das ist nämlich immer noch nicht ganz richtig. Node has no object, ähm, no attribute Val. Ah, da habe ich mich vertippt. Das soll hier natürlich foo heißen. Val ist das hier, ähm, damit, also mit den Werten quasi. Ähm, ja, jetzt haben wir hier 12 und 7. Okay, wir sehen schon, was passiert ist, ja. Ja, also 7 plus 5 ist 12, das ist das korrekt soweit und 3 plus 4 ist 7. Das heißt, unsere Antwort wäre jetzt 7, ähm, 12 und 70 sozusagen. Sorry, da musste ich jetzt kurz nachdenken, wie man das aussprechen könnte. 12 und 70. Äh, 12 und 70 ist meistens keine Zahl und 712 ist auch absolut ein falsches Ergebnis. Was wir hier sehen können, ist folgendes. Wir haben hier das noch nicht behandelt, dass die hier weitergehen. Und wir haben noch nicht behandelt, wenn die beiden Zahlen größer als 10 sind. Weil wir ja immer nur eine Ziffer zurückgeben und keine ganze Zahl. Das bedeutet, wir können uns jetzt aussuchen, was wir zuerst machen. Äh, ich würde vorschlagen, wir machen zuerst mal die Zahl, die über 12 ist. Aber wie gesagt, pausiert mich ganz gerne, wenn ihr es andersrum machen wollt. Äh, dann sagen wir hier, okay, wir haben einen Counter. Und diesen Counter, also das ist quasi der Überhang, ja. Nennt man in Mathe oder in der Grundschule hat man ihn, glaube ich, als Überhang bezeichnet. Wenn wir diesen Überhang haben, äh, dann ist natürlich unser Value größer als 10. Naja, was machen wir dann? Ähm, wir teilen unseren Value durch 10. Und, ähm, sagen hier, wir teilen nicht nur unseren Value durch, also wenn wir unseren Value durch 10 teilen, dann haben wir zum Beispiel bei, äh, 12, kriegen wir dann eben 2, äh, 1 raus. Sorry, 1 raus. Und das ist quasi das, was in den Counter rein soll, natürlich. Ja, wir können hier einfach auch schreiben, wenn der Value größer als 10 ist, dann mach 1, ansonsten mach 0. Das geht natürlich genauso. Aber so ist es nur eine Zeile und relativ schön. Jetzt müssen wir hier natürlich auch noch den Node anpassen, dementsprechend nicht nur den Counter, sondern wir müssen im Node natürlich auch reinschreiben, bitte nimm nur die einer Stellen. Und das bekommen wir, indem wir hier quasi Modulo 10 rechnen. Das heißt, wir schneiden quasi diese Zahl auseinander. Was größer ist als 10, das kommt in den Counter. Was kleiner ist als 10, kommt in die Node rein. So, jetzt müssten wir folgendes haben. Und zwar jetzt kriegen wir hier 2 und 7. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir den Counter nur noch irgendwie in die nächste Zahl reinpacken, weil immerhin hier 7 plus 5 ist ja 12. Das heißt, wir wollen eine 2 als einer stehen haben. Aber die nächste Stelle sollte dann nicht 3 plus 4 sein, sondern 3 plus 4 plus den Counter von vorher, also 1 mehr. Ja, das bedeutet, wir müssen hier den Counter mit reinstecken und packen hier einen Counter rein. Dementsprechend müssen wir das hier oben auch ändern und schreiben hier Komma C rein. Dementsprechend müssen wir das hier ändern und schreiben natürlich am Anfang keinen Counter rein, weil wir keinen Überhang haben am Anfang. Oder was wir auch machen können, ist, wir schreiben das ganze Ding einfach mit einem Standardwert und zwar mit C gleich 0. Das würde gehen, aber wir können es auch einfach hier oben mit Komma 0 eintragen. So, okay. Dann haben wir jetzt hier folgendes. 2 und 7. So, das ist schon mal gut. Und allerdings noch nicht ganz vollständig. Wir müssen hier natürlich auch noch den Counter mit einrechnen, damit der auch hier übertragen wird. Jetzt haben wir 2 und 8,2. Das ist nicht so das, was wir haben wollten. Das liegt an Python 3, nehme ich an. Und zwar printen wir uns doch mal hier den Counter aus. Der, ja genau, liefert mir 0,82 aus. Ja, natürlich, das ist nicht das, was wir haben wollen. Wir wollen hier natürlich den Counter auch als Integer haben. Deswegen sagen wir hier, wir wollen den Counter so haben. So, und jetzt haben wir hier 2 und 8. Das ist schon mal gut. Das ist nämlich 82, also als Zahl 82. Wir lesen ja von unten nach oben, beziehungsweise das sind die Einer, das sind die Zehner. Jetzt fehlen uns allerdings noch die anderen. Und zwar hier die Hunderter und die Tausender, weil die Zahlen einfach nicht gleich lang sind. Und, naja, wie machen wir das? Okay, wenn wir hier einen nicht, also das ist ja quasi nur der Fall, wenn beide eine nächste Zahl haben. Das heißt, wenn wir hier einen haben, der nicht mehr weitergeht, also zum Beispiel diese 45, sorry, am Anfang war es mal 42. Wenn wir diese 45 hier haben, dann hat die natürlich keine Hunderter mehr. Sprich, die hat nach der 5 eben ein Next, das None ist. Und deswegen geht diese If hier nicht mehr weiter. Das heißt, was wir hier machen ist, wir bauen uns das ein kleines bisschen um. Und zwar sagen wir hier, okay, das ist unser Standardfall. Beziehungsweise das können wir eigentlich hier drin lassen. Was macht das hier? 1, 2, was ist los hier? So, das ist unser Standardfall. Wenn wir jetzt hier allerdings sagen, wenn Zahl 1.next nicht existiert, also wenn das quasi None ist, ja, dann wollen wir hier ein bisschen was anderes machen. Und zwar sagen wir dann Zahl 1.next. Und wir bauen uns da jetzt quasi einfach direkt künstlich was vorne dran. Ist gleich, hey, hey, Node aus 0. Weil ich darf ja vorne dran immer ergänzen. Also ich darf quasi meine 42 zu einer 0, 4, 2 machen. Ja, wenn ich eine 0 vorne dran hänge, ändert das an meiner Zahl überhaupt nichts. Ich darf das auch so oft machen, wie ich möchte. Und das darf ich auch durchaus so oft machen, bis ich quasi an meiner 1337 dran bin. Und das heißt, ich adde hier quasi einfach eine 0 vorne dran und habe alle Probleme gelöst, was ich hier habe. Natürlich muss ich das nicht nur für Zahl 1 machen, sondern eben auch für Zahl 2. Und das machen wir so. Zahl 1.next ist Node aus 0. Also wenn quasi kein Next existiert und Zahl 2.next ist auch Node aus 0, wenn kein Next existiert. Aber nur, wenn kein Next existiert. Ansonsten würden wir das ja quasi überschreiben. Okay. Und ja, wenn wir das jetzt gemacht haben, naja, dann führen wir das doch einfach mal aus. Das heißt, wenn wir hier das hier machen, haben wir das auch so drin. Aber jetzt haben wir ein Problem. Wenn ich das jetzt mache, dann werden wir hier niemals zu einem Ende kommen. Deswegen führe ich das Ganze nicht aus. Ich habe das gerade schon gemerkt. Und zwar, wenn wir hier sagen, okay, Zahl 1.next ist nicht vorhanden, dann machen wir das. Aber dann sagen wir auch, Zahl 2.next ist nicht vorhanden, dann machen wir das. Naja, was machen wir denn, wenn Zahl 2.next nicht vorhanden ist, aber Zahl 1.next auch nicht vorhanden war? Naja, dann versuchen wir hier automatisch auf Zahl 2.next durchzulaufen. Also wir können das gerne mal ausführen, dann kriegen wir hier ein Nun-Problem wieder. Weil Zahl 2.next ist ja irgendwann mal Nun. Und hier sagen wir auch Zahl 1.next und das muss ja auch irgendwann mal Nun sein. Das heißt, wir sagen hier, es muss Zahl 2.next auf jeden Fall vorhanden sein. Und hier unten sagen wir, es muss Zahl 1.next vorhanden sein. Das heißt, damit wir nicht unendlich lange weitergehen. Das sind quasi die drei Fälle, die wir haben. Und naja, wenn eben beide Nun sind, dann können wir das quasi überspringen. So, und jetzt kriegen wir hier eine 1, 3, 8, 2 raus. Mal gucken, ob das richtig ist. Das können wir eigentlich in Python direkt machen. Und zwar, was habe ich als Zahlen gehabt? 1, 3, 3, 7 plus 45. 1, 3, 8, 2, 382 und damit war das korrekt. Ja, das ist schon mal ganz gut. Und löst soweit auch die Challenge. Ihr könnt das ganze Ding natürlich noch gerne ein bisschen ausbauen, damit es vielleicht sortierter aussieht. Wobei ich finde den Code eigentlich relativ sortiert, muss ich sagen. Vor allem, wenn man hier noch ein bisschen Space reinmacht. Aber ihr könnt, was ihr definitiv tun könnt, ist eure Aufgabe und zwar eine iterative Lösung zu erbauen. Add iterative. Und zwar hier über Zahl 1, Zahl 2. Iterative Lösungen, ich mache hier einfach mal einen Pass rein. Iterative Lösungen haben den großen Vorteil, dass sie halt nicht rekursiv sind. Sprich, dass sie teilweise vielleicht sogar ein bisschen effizienter sind. Und ja, dementsprechend probiert das einfach mal aus. Vielleicht habt ihr hier was Cooles. Es unterscheidet sich nicht so hart, aber es unterscheidet sich ein kleines bisschen in dem, wie man vorgeht. Das war es von meiner Seite. Lasst mir gerne Feedback da und ein Like und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.